In der Stadtmitte von Bad Harzburg befindet sich der Jungbrunnen. Das ist ein echter Hingucker. Zum Bummeln gibt es in Bad Harzburg eine wunderschöne Fußgängerzone, eingerahmt durch ehrwürdige Kastanien, mit attraktiven Geschäften, Cafés und Restaurants. Während des gesamten Jahres locken zahlreiche kulturelle und sportliche Veranstaltungen in die Stadt. Zu den Besuchermagneten zählt neben der Bad Harzburger Galopp-Rennwoche auch das traditionelle Salz- und Lichterfest. Stärkung von innen bietet die im 19. Jahrhundert erbaute Wandelhalle mit Trinkbrunnen im Badepark. Musik Bis zum nächsten Mal. Die Bummelallee geht nahtlos in den landschaftlich reizvoll gelegenen Kurpark mit Luxbrunnen, Mehrgenerationenspielplatz, Wandertreff und Haus der Natur über. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.